Alter, du bist gar nicht mehr hier. What starts? Machen wir mal weiter mit die Story. Ach den Jungen. Äh, den Jungen, das ist doch der mit dem Unicorn, ne? Was sagt der immer zum Schluss? Weiß ich gar nicht. So. Vollfahren oder neues Spiel? Ich will doch vollfahren, neues Spiel. Mein Little Pony, genau, Pony, sagte der doch immer, der Junge. Genau, mein Little Pony. Das ist doch der. Da höre ich doch an der Stimme. Oder das lustige ist auch mal, diese Videos mit dieser blonden Tochter und dem Vater zum Beispiel, ne? Da wundert er sich, kommt in die Küche, sie wie die Tochter Ketchupflasche auf den Kopf trägt, ne? Sagt er, was machst du da? Ja. Ja, das steht doch. Vor Gebrauch, oder nach Gebrauch die, äh, Flasche auf den Kopf stellen. Oh, nein. Und er denkt, oh ne. Oh, man. Dann dritten wir mal hier rüber. ach übrigens in kassel ist jetzt wieder an ihm tag oder an ihm die tage ich muss stiegende erzählen also wieder anime zeit also tage festige kassel da werde ich auch gerne hingefahren aber keine übernachtungsmöglichkeit und auch ein bisschen zu weit weg mit dem bummelzüge weil hier gibt es ja das deutschland ticket ne flavia 49 euro aber damit kannst du nur die bummelzüge fahren du wirkst älter ist sein erster geburtstag ohne lena das ist schwer aber wir schaffen das kunde ist vor freude ausgelassen jedes detail wie bestellen und kein kratzer kriegen wir den vollen preis baby ich komme zu spät einer schon wieder alles ach ja ja ich habe uns eine autokratie abgeliefert steht schon das nächste schon wieder da das ist doch gut kann ich wieder geld machen das ist wichtig dass du hier bist aber ich muss sicher sein dass sich was geändert hat ich verspreche es und jetzt und doch richtig ich werde nie aufhören auf euch aufzulassen stets der große bruder das letzte mal als ich hier war war Linas Geburtstag das ist das beste verpasst die Kinder haben Recher gespielt diesen Typ imitiert der ständig im Fernsehen ist Lass mich raten Jax Nein sie waren alle der Recher und ich war der einzige Gangster aber ich war echt böse und hab's ihnen gezeigt ich hätte früher kommen wenn ich ihnen nicht jetzt das Geld dafür habe dann kann ich mir die Spielhalle holen oh hier ich ich das Ding war einfach abscheulich verbrannt und windschief genau so war der Dämme oh ein Reppelhasen der hat es richtig gemacht aber die Familie war im Heiligen oh entschuldige ich klappere aber also diese Reppelhasen hier diese Easter Egg hier mit diesem Reppelhasen ja der redet auch noch hier nein nein ich will sie nicht unterbrechen ja ja bist du schon wieder mit deinem Ding zu reden von Baby mit ви hier ah ja jetzt kommt ihr montiert willst du meinen Mann werden gehen Sie still treffen Sie Leute legen Sie rufen Sie mich bitte nicht mehr an ups was sagten Sie die Polizei kann den Anruf verfolgen ich weiß wo du wohnst Oh, nein Kühlergrill die Kreuzer-Chrome-Kühlergrill so, dann hey, wer war das? völlig unwichtig ah, ja, alles drin, voller Unbequete wie meinst du, das ist stabil genug? ach, Aiden, lass es doch, ist es gut er glaubt, der kann ja einfach weifen, felsen, tief, tuna cool, die aber wir brauchen deine Hilfe nicht hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer besser ich gehe ja, das ist eine gute Idee oh, Alter, hier ist ich denn schneller wagen, Alter verarsch, welcher er von Telefon ich aufspüre so, dann sollten wir den aufzuspüren wo ist denn der, Mist, die Boot? ah, da ist denn der da, Handy oder der, der sie hat Mist, er will abhauen shit, er will abhauen schnell hinterherfahren schnell hinterherfahren ah, jetzt muss ich schnell hinterherfahren hoppla shit, ich könnte in den die Ampel zu spät rein der ist ein Stück weit er erforderte, fahren du Bruder, das ist ehrlich, wenn ich in die Karre gefahren ist, hey, alter glaubts ja nicht der rox hat versucht es echt immer wieder einen rein zu hören wenn man das nicht schafft Schütte, hau es ab! Ja. Schütte, ich habe ihn heimbauch. Komm zurück, okay? Ich verspreche, ich flippe nicht wieder aus. Ähm. Aiden? Du verfolgst diesen Spinner, oder? Ähm. Du verfolgst ihn also gerade. Ja, die USA, die USA hat auch ein Problem. Äh. Die USA hat ein Riesenproblem jetzt. 75 Milliarden Euro an Gold, was Deutschland damals in die USA aufbewahrt hatte, weißt du? Die USA sollte das ja verwahren. Wenn die Deutschen damals da in die USA verbrachte, damit da gelagert wird, noch nicht? Sind spurlos verschwunden. Keiner weiß, wo das ist. Tja, jetzt hat die USA natürlich ein Problem. Die müssen Deutschland erklären, wo das Gold geblieben ist. Was den Deutschen gehört. Die Deutschen wollten das nämlich jetzt zurückholen, weißt du? Nach Deutschland hin. Und jetzt ist aufgefallen, dass es gar nicht mehr da ist, das Geld. Also das ganze Gold. Alter. Alter. Damit haben sie ihre Kriege finanziert. Alter, wie schön ist es der? Alter, Alter. Wie schön ist der Fretter mit dem Auto? Ich habe ihn gerammt, aber das verdrasse weiter. Alter. Mach mal, wir hängen, das andere wie Auto noch machen. Sag mal. Ich habe hier auch. Aussteigen. Ich brauche ein kurzes Auto. Rosta. Ich brauche ein Auto. Ich brauche ein Auto noch. Ich hätte mal die Ampel rein. Ich hätte die Timer wieder da. 15 Minuten noch. Ich bin da wieder. Ich habe die Ampel wieder. Ich bin da wieder auf dem Tor. Stopp dieses Fahrzeug. Stopp diese Person. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Nein. Nein! Ich bin ja noch gestorben! Super! Oh Mann! Ich wurde in die Lüfte flotten! Ich hab auf eine Explosive drauf geschossen! Lassen Sie mich in Ruhe! Was machst du nur? Stillbleiben! Ach, sieht die aus mir in meine Farbe! Ich hab auch nicht! Das ist hafenblau! Marineblau, hafenblau! Naja... Der hier soll schwer bleiben! Er hat mich verlassen! Ja, ich weiß! Auf ein neues! Alles! 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 Keine kleine Schwester droht! Da droht, der große Bruder muss sich auch neu verpressen! Dann muss die bis zum Schluss erledigen! Hm? Weiß! Ich wollte es nicht gehen. Schütt, ich hab ihn immer noch nicht. Motorhaufer, renn ich Motorhaufer. Rennen, renn! Nicht flächen! Die Schuss, renn denn! Ey, renn doch du... Auf die Scheu... Er hat das Spielbeats schon wieder verlassen. Wenn ich anfangen zu schaue, ist das? Einen Versuch mache ich noch und dann nehme ich auf. Lass dich in Ruhe! Nein, ich schieb ihn noch, ich schieb ihn noch. 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 Mann, ist das schwer. Den Schütt, den Burs zu erwischen. Wissen die ja? Lassen Sie mich in Ruhe! Nein! Ach, Mann! Ach, Mann! Was hast du gelassen? Lass uns mal abhauen. Ich will das Spiel nochmal probieren. Wieso? Hast du ihn schon wieder abgehauen? Ich muss dir das Tattoo besser vorgehen, dass du den Trettschwein tritt. Aber ich weiß schon, wie ich das mache. Lassen Sie mich in Ruhe! Ich war überlegt, dass das Leute sind, die einfach nur Spaß daran haben, dir den Stuhl zu versauen. Mann, der ist so schnell. Der ist so schnell. Der läuft so schnell. Ich komme nicht mal hinterher. Ja. Aber es kann vielleicht jemand sein, der einfach nur dir den Stuhl versauen will. weil er Spaß daran hat. Wenn du dich ärgert. Ah, ich soll den Trettschwein erwischen. Der haut ihn mal ab. Ja, ja. Der hat auch lassen sich in Ruhe. Ich lasse mich in Ruhe. Ich lasse mich in Ruhe. Ich muss ihn mal sperren, dass er in deinem Studium gar nicht mehr reinkommt. Ich hab ihn erschossen. Ich hab ihn erschossen. Ich hab ihn verwundbar gemacht. Also es ist nämlich echt mies. Nur aus Grund, weil die Spaß daran haben, alle Leute das alles zu versauen. Ja. Ja. Ich werde die Schlüsse erwähnen. Und das Kind. Aber es fühlt sich falsch an. Darum geht es hier. Ich hätte den Trettschwein ja erschossen. Das kann mich ja eigentlich erweitern. Hier auch. Jemand hat dieses Arschloch bezahlt, um Niki zu belästigen. Ah, der wurde bezahlt. Zum Mitglied zu belästigen. Ach, der Trettschwein hier. Wurde eigentlich noch bezahlt. Danke schön. Ich brauche die CTOS-Hacks. Ja, ich bin noch dran. Die überprüfen dich. Gib mir Zeit. Okay, dann brauche ich deine Hilfe. Kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinen besten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie hat. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also, der Anruf kam irgendwo aus dem Loop-Bezirk. Loop-Bezirk, okay. Okay. Angenommen, ich hecke das CTOS im Loop. Dann sollte ich den Anruf ausführlich machen. Ja, was machst du da, Flavia? Obst du da nicht rausfliegst? Das ist nicht schlecht. Benzek hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es los. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Na, der klingt wie meine Schwester. Ich sag, was machst du, wie machst du das? Dass du da nicht rausfliegen kannst? Aus der Lobby. Naja, ich würde auch erst mal schauen. So, dann bin ich dran. Hab ich schon wieder rausgeflogen? Ich krieg's gleich.